Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das alles ein bisschen anders gekommen als eigentlich gedacht. Und zwar war ich eben in der Drogerie und habe draußen gesehen, keine Kartenzahlung möglich. Und eigentlich wollte ich einen XXXXL Neuheiten haul von dm drehen, dass ich wirklich alle Neuheiten kaufe, die es aktuell bei dm gibt. Und naja, ich hatte aber nur 50 Euro im Portemonnaie und habe mich dann mit dem Taschenrechner hingestellt und Produkte ausgerechnet. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Warum machen wir daraus nicht eine kleine Challenge, die wir vielleicht als neues Format irgendwie umsetzen können? Aktuell wird alles teurer und für mich ist die Priorität, dass ihr Geld sparen könnt. Sei es, wenn ich euch Dupes zeige, sei es, wenn ich euch günstigere Alternativen zu teureren Produkten zeige. Deswegen habe ich mir die Challenge überlegt, dass ich in die Drogerie gehe, probiere so viele Neuheiten zu kaufen, wie es geht mit einem Limit von 50 bzw. diesmal sogar nur 40 Euro. Falls ihr darauf Lust habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Gebt mir gerne auch ein Feedback, ob euch dieses Format interessiert. Ich glaube, dass es gerade aktuell einfach wichtig ist, dass wir so ein bisschen schauen, okay, was machen wir mit unserem Geld, was wir haben, was kaufen wir priorisiert. Priorisiert, aber trotzdem diese Erfahrung haben mit, wir können Neuheiten aus der Drogerie testen. Wir lieben alle Drogeriemärkte, wir lieben es, Produkte zu kaufen, die uns Spaß machen, die uns Freude bereiten. Und um das so ein bisschen miteinander zu verbinden, dachte ich mir, machen wir diese Challenge. Bevor es losgeht, freue ich mich aber, dass dieses Video in Zusammenarbeit untersteht. Und ich würde sagen, let's go! Und ich freue mich riesig, dass dieses Video endlich wieder in Zusammenarbeit mit meinen liebsten Produkten von Beauty Mates entsteht. Ihr wisst, dass ich benutze Beauty Mates eigentlich, seitdem es sie schon gibt, hatte jetzt lange keinen Rabattcode mehr für euch. Und freue mich, dass ich seit mehreren Monaten endlich wieder den ersten Code für euch habe. Ihr habt es gesehen in der kleinen Aufnahme. Ich habe heute wieder mein liebstes, persönliches Set benutzt und das ist das Pretty Eye Set mit dem Augenlifting Booster und der Hyaluron Creme Boost. Dieses Set ist unschlagbar in Kombination. Falls ihr Beauty Mates noch nicht kennt, will ich euch ganz kurz erzählen, worum es bei Beauty Mates geht. Und das ist nämlich das Besondere daran. Ihr habt viele verschiedene Booster, die ihr euch selbstständig in einem Set, im Set-Konfigurator zusammenstellen könnt. Oder ihr habt auch immer die passenden Sets für die bestimmten Bereiche, die ihr behandeln wollt. Ihr habt hochwirksame Wirkstoffkosmetik hier mit drin. Ihr könnt sie entweder unverdünnt auf die betroffenen Stellen geben, ihr könnt sie aber auch mit eurer liebsten Beauty Mates Creme zusammen mischen. Ich habe hier den Augenlifting Booster benutzt. Der hat einen Phytokomplex und Vitamin B3 mit drin, der Schwellungen der Augenringe und der so leichte Fältchen unter den Augen kaschiert. Es gibt natürlich aber auch ganz, ganz viele andere Produkte von Beauty Mates. Noch ganz neu ist der Retinol Youth Booster. Es gibt aber auch einen für Pickel. Ich habe hier einen, den habe ich schon mit dem Anti-Pickel-Booster behandelt. Es gibt wirklich für alle Bedürfnisse eurer Haut den passenden Booster. Und die Produkte sind wirklich hoch konzentriert. Das heißt, ihr braucht wenig. Ihr kriegt bis zu 120 Anwendungen aus so einem Fläschchen raus, mindestens. Und ich kann euch das Ganze wirklich nur ans Herz legen. Ich packe euch mal den Link unten in die Infobox mit rein. Und mit meinem Code Maxim30 könnt ihr sogar 30% auf alles bei Beauty Mates sparen. Wirklich größte Empfehlung von mir. Ihr kennt die Produkte mittlerweile schon bei mir. Ich benutze sie wirklich regelmäßig und freue mich, dass ich endlich wieder ein Code für euch rausschlagen konnte. Vielen, vielen Dank Beauty Mates, dass ihr mich in diesem Video unterstützt habt. Und euch viel, viel Spaß mit den Produkten. Ihr werdet sie lieben. Freunde, ich habe tatsächlich auch gerade im Gesicht, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, ein Full Face Trended Up auf der einen Seite und High, 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 High End auf der anderen Seite. Und du siehst einfach literally gar keinen Unterschied. Falls euch das interessiert und falls es schon online ist, verlinke ich es euch einmal hier oben in der Ecke. Ansonsten verpasst ihr es nicht, wenn ihr den Kanal mit Glocke aktiviert habt. Ich habe mir die Challenge gesetzt, so viele Produkte aus verschiedenen Kategorien wie möglich zu kaufen. Ich hatte 50 Euro ja nur dabei. Und am Ende war es tatsächlich so, dass ich schon mit dem Taschenrechner, ich habe Produkte ausgerechnet, wie viel Geld kann ich noch ausgeben. Und als ich bei 38,20 Euro war, wusste ich tatsächlich auch nicht mehr, was ich kaufen soll. Ich wollte etwas fürs Make-up haben. Ich habe viele, viele Make-up-Produkte gekauft, was zum Duschen, was zum Eincremen, ein Deo, was für die Haare, was für den Haushalt, was für die Hände, was fürs Kind. Habe ich auch was für einen Mann gekauft? Nee, was zum Snacken und was zum Trinken. Und das war so ein bisschen, dass wir wirklich alle Kategorien irgendwie so ein bisschen abgedeckt haben. Am Ende hat der Einkauf 38,20 Euro gekauft und ich habe eine wirklich volle Tüte. Es sind fast alles Neuheiten. Ich glaube, es sind zwei, drei Produkte, die nicht neu sind, wo ich aber dachte, okay, die sind günstig, die kann man auch mitkaufen. Deswegen ein komplexes Videothema. Günstig einkaufen, nur 50 Euro, so viele Neuheiten, wie es geht und alle sollen happy sein. Und ich zeige euch jetzt, was ich gekauft habe. Mit dem ersten Produkt und das ist hier von Mivoles, ein Kräutertee Sommerglück. Mate, Guarana und Zitronenmürte. Ich trinke sehr, 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 sehr viel und ich hasse Wasser, so klassisches Wasser. Ich brauche immer irgendwie einen Geschmack drin. Ich mache mir meistens einen Tee und lasse den dann abkühlen und trinke den dann über den Tag verteilt. Und da dachte ich mir, okay, so eine neue Limited Edition von Mivoles klingt ganz spannend. Kann man auch mit kaltem Wasser aufgießen, sodass man dann nicht noch fünf Stunden warten muss, bis es kalt ist. Und gerade im Sommer ist es wichtig, dass ihr viel trinkt. Hier sind 25 Beutel drin, wird für knapp zwei Wochen reichen. Ich mache meistens anderthalb oder anderthalb einen Teebeutel mit rein oder manchmal gieße ich einfach am nächsten Tag nochmal auf, wenn ich es nicht ausgetrunken habe. Klang ganz spannend und riecht tatsächlich auch sehr erfrischend. Also man riecht wirklich diese Zitronenmürte so ein bisschen raus, riecht aber spannend. Dann habe ich aus der Kategorie Make-up eine Foundation gekauft und das war die Rosy Touch Foundation. Die trage ich auch hier auf meiner linken Gesichtshälfte gerade im Vergleich zur Charlotte Tilbury Foundation. Das Video habe ich bereits gerade gedreht. Eine sehr, sehr gute Foundation, muss ich sagen. Sieht toll aus und war auch eins der teureren Produkte hier. Das war sogar das teuerste Produkt. 4,65 Euro. Natürlich könnte man auch noch günstigere Foundations in der Drogerie finden. Ich wollte aber nicht nur, nur das Billigste kaufen, was es gibt, sondern so, dass man auch wirklich was davon hat. Das war mir ganz, ganz wichtig. Dann habe ich mir einen Blush gekauft. Das ist der Super Glow Blush. Auch den trage ich gerade in der Farbe 030. Ein seidig zartes Melange Blush mit natürlich frischem Aussehen und feine Akzente auf den Bank. Sieht super frisch aus. Auch hier preislich völlig in Ordnung und wir lieben Make-up. Deswegen musste ich ganz schön viele Make-up-Produkte kaufen. Aber für unter 40 Euro. Für den Körper habe ich etwas Neues mitgenommen. Und das ist das hier, die Balea Reichhaltige Bodymake. Langanhaltende Intensivpfleger. Ich dachte mir, das sieht so ein bisschen aus wie ein Nivea-Dium vielleicht. Wir probieren es gleich mal aus. Von der Textur her auch. Oh ja, die ist sehr, sehr reichhaltig tatsächlich. Sie riecht auch ein bisschen wie Nivea-Creme, muss ich sagen. Also fühlt sich auf den ersten Eindruck sehr gut an. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell sie einzieht. Aber wenn man richtig, richtig trockene Haut hat, ist das Ganze ab und zu mal gut. Und hier ist natürlich auch eine Menge drin. 96% recycelte Verpackung. Sieht spannend aus. Gebe ich euch ein Update zu. Dann wollte ich selbstverständlich auch fürs Gesicht etwas mitnehmen als Vorbereitung. Da habe ich eine Balea Urea Tagescreme gekauft. Auch die ist neu. Die hat sogar Lichtschutzfaktor 15, sehe ich gerade. Urea ist sehr, 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 sehr feuchtigkeitsspendend und gibt der Haut einfach einen schönen Glow auch so ein bisschen. Und eine gute Pflege ist eigentlich immer gut für sehr trockene und sensible Haut. Die ist sogar parfümfrei. Und ich glaube, das kommt dann für viele von euch auch in Frage. Ihr seid ja mittlerweile auch eher auf dem Fokus, dass etwas parfümfrei ist oder so. Vor allen Dingen im Gesicht. Fand ich ganz spannend. Auch hier war jetzt alles nicht so teuer. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass es eine gute Grundlage jetzt für den Sommer auch sein kann. Für die Kids habe ich hier von Sauber das Schaumwölkchen Schaumbad mitgebracht. Wir haben noch keine Kinder da. Aber habe ich gerade wirklich das erste Produkt für unsere Kinder gekauft, obwohl wir noch gar keine haben? Vermutlich ja. Ihr seht, Freunde, I'm emotional. Ein Produkt fürs Kind. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es mit dem Kind immer schwierig ist, in eine Drogerie zu gehen oder überhaupt einkaufen zu gehen, um ihnen trotzdem eine Freude oder sie bei Laune zu halten. Und das hat, glaube ich, 75 Cent gekostet. Und das Badespaß macht natürlich immer irgendwie Freude. Färbt das Wasser mit Glitzer. Tut mir leid für die Badewanne von euch oder von uns dann. Aber ich glaube, damit kann man den Kids immer eine gute Freude machen, oder? Dann habe ich eine Zahnpasta mitgenommen. Und das ist die Odolme 3 Extra White Zahnpasta. Wir haben bei Danny keine Zahnpasta mehr, deswegen hatte das, glaube ich, ganz gut gepasst, dass ich die einfach mitgenommen habe. Auch die war jetzt nicht so teuer. Man hat sogar eine Recyclingfähige Tube. Ach, das ist ja krass. Hier steht sogar drauf, muss ich sagen, darauf achten die Eigenmarken oder die Marken, auch die günstigeren Marken mittlerweile echt gut, dass dann die Verpackung recycelbar ist. Und auch hier drauf steht, spare Wasser beim Zähneputzen. Finde ich tatsächlich eine gute Info. Also, Zahnpasta ist auch mit dabei. Als Deo habe ich das hier mitgenommen. Das ist das Calm Kokos mit Vanille und Kokosduft. Das erinnert mich so ein bisschen an die Mädels um Kleider im Sportunterricht, wenn die Mädchen... Weiß ich nicht, wie hieß das? Fenial? Ne. Ihr wisst, Impuls. Ach, Impuls, Deo. Da kriege ich gleich Kopfschmerzen von. Aber es riecht tatsächlich gut. Das hat kein Aluminium mit drin. Und ich muss sagen, ich kann keine Deos ohne Aluminium nehmen. Ich fühle mich dann einfach nicht gut. Und ich habe immer das Gefühl, dass da etwas drin ist, was es schlimmer macht. Aber als Geruch finde ich das ganz toll. Einfach, um sich mal so ein bisschen frischer zu fühlen. Gerade jetzt, wenn es so heiß ist. Ich nehme meist, also eigentlich immer dieselben von Darf. Diese Man Plus Care Deos. Die riechen toll. Die haben Aluminium mit drin. Aber die schützen halt auch. Und um vielleicht nach zwei, drei Stunden sich nochmal so ein bisschen aufzufreschen und sich frischer zu fühlen, dachte ich, könnte das vielleicht ganz spannend sein. Das lag bei 95 Cent. Und es soll 24 Stunden schützen. Ich weiß nicht, wie, wenn da kein Aluminium drin ist. Aber es riecht gut. Es riecht gut. Und dann habe ich hier etwas gekauft. Das war ein bisschen teurer. Aber auch hier habe ich mir gedacht, okay, manchmal, um trotzdem dieses Man-gönnt-sich-was-Gefühl zu geben, habe ich das fliegende Duschgel von Dresdner Essenz mitgebracht. Das war auf einem Extra-Aufsteller und nicht zum Verzehr geeignet. Ich rieche mal dran. Ich habe tatsächlich in einem Laden nicht dran gebrochen. Es riecht jetzt gar nicht so stark wie gedacht. Soll aber mit Kirschblüte sein. Also es ist ein recht zarter Duft. Ist tatsächlich auch vegan. Finde ich gut. Und man hat einfach was zum Duschen. Und ich glaube, auch das kann die ganze Familie benutzen, ohne dass es nach glitzerndem Einhorn-Pups riecht oder so. Für die Haare habe ich, damit ich das natürlich auch benutze, ich probiere natürlich auch Sachen zu kaufen, die ich dann auch wirklich benutzen kann, von Balea Professional. Das war auch neu. Das war das Glossy-Braun-Shampoo. Naturbraunes oder braun gefärbtes Haar mit Kakao-Extrakten und Keratin. Ich meine, das ist auch so ein Dupe zu diesem John Frieda. Ja, das gibt den Haaren nochmal so ein bisschen mehr Lebendigkeit in die Farbe zurück. War auch neu deklariert. Keine Ahnung, wie es funktioniert, falls ihr damit Erfahrungen habt. Generell, falls ihr Erfahrungen mit Produkten habt, die ich euch hier zeige, schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Das hilft nicht nur mir, sondern das hilft natürlich allen in der Community vor Fehlkäufen. Also, wir haben was für den Körper. Zum Eincremen, zum Pflegen, zum Duschen und für die Haare. Was fehlt noch? Was zum Snacken, was für den Haushalt und was für die Hände. Ich habe hier noch was fürs Gesicht und zwar den Cirky Baked Highlighter. Den habe ich tatsächlich zweimal gekauft, dummerweise, weil ich dachte, das ist ein Bronzer, ist aber ein Highlighter einfach nur dunkler. Habe ich mich verkauft. Aber ihr seht, selbst ein Fehlkauf, der 3,65 Euro gekostet hat oder so, war hier noch mit drin, dass ich so eine Standardausstattung hatte. Also, zwei verschiedene Highlighter in hell und in dunkel. Das fand ich super spannend. Das ist ein neues Produkt von Trended Up. Das ist die Clean Philosophy Matcha Awake Primer Gel. Es ist schon so ein bisschen ausgelaufen. Es haben wahrscheinlich auch schon ein paar Leute in der Hand gehabt. Wollte aber ein Video drehen, so ein paar Trended Up Produktneuheiten. Oh nein, ich habe was gekauft, aber das ist hier nicht mit drin. Es war so ein Augenstick. Schade. So, ich habe noch was gekauft, ist auch jetzt nicht mit drin. Ich glaube, ich habe es gar nicht aus dem Korb genommen und habe den Korb wieder zurückgestellt. Ich bin ein Depp. Okay, wir haben Primer. Auch hier fürs Make-up sehr spannend. Ist mit 98% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Primer Gel erinnert mich so ein bisschen. Oh, es riecht gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Diese Farbe vor ein paar Jahren mal total gehypt von, Ich glaube, L'Oreal dieses Gel sah ähnlich aus. Dann habe ich was für die Sonne bzw. zum Pflegen mitgenommen von Sundance. Die Aftersun Gesichtsmaske mit Aloe Vera und Pfirsichkernöl. Ich habe schon sehr, sehr lange keinen Sonnenbrand mehr gehabt, weil ich immer Lichtschutzfaktor trage. Aber ab und zu passiert es dann doch mal, dass man vielleicht ein bisschen zu lange in der Sonne war. Auch mit Lichtschutzfaktor kann das passieren. Da dachte ich mir, haben wir hier einfach so eine Sundance-Maske. Ist vielleicht auch was für die Urlaubsapotheke bzw. für die Urlaubstasche, wenn es jetzt in den Sommerurlaub geht. Es reicht für zwei Personen, war auch wirklich nicht teuer. 75 Cent. Dann habe ich einen großen Bottich Handseife mitgenommen. Funktioniert natürlich dann auch für die ganze Familie. Das ist die Handseife Caribbean Feeling. Duftet nach Kokos und Frangipani. Auch hier habe ich noch nicht dran gerochen. Hm, riecht aber gut. Also es ist so ein bisschen was fruchtigeres, ein bisschen was frischeres für den Sommer. Hier ist mindestens, hier ist ein halber Liter mit drin. Das reicht schon, ne? Also ich brauche für einen halben Liter Handseife locker vier, fünf Monate. Das Ganze ist selbstverständlich auch vegan. Und auch hier, ihr seht es mittlerweile öfter, ne? Dass die Verpackungen unten drunter nicht mehr ganz so schön aussehen. Also nicht transparent beispielsweise, ne? Das heißt einfach, oder das bedeutet einfach, dass die Verpackung recycelt ist. Warte mal, steht das hier sogar drauf, wie viel Flaschenkörper aus 98% Recyclingmaterial ohne Verschluss, ne? Das ist Virgin Plastik, weil es einfach bunt ist. Und sobald das nicht mehr durchsichtig ist und eine andere Farbe hat, ist es einfach recycelt. Und es stört ja nicht, du hast ja nochmal was anderes drum. Das ist dann meistens nicht aus einem recycelten Material, aber du kannst es einzeln auseinandernehmen. Und dann kann es in die Recyclinganlage zurückgegeben werden. Finde ich spannend, riecht gut, halber Liter reicht ewig. Oh, ich bin ein Idiot. Ich habe hier noch ein Produkt drin, was ich eigentlich für das Video, was ich eben gedreht habe, gekauft habe. Aber auch das ist nicht so schlimm. Das ist der Perfect Prime, Hello Natural Glow. Ein Illuminating Primer. Und ich dachte mir, der könnte ähnlich sein wie der Charlotte Tilbury Primer. Also auch hier noch ein Mega-Produkt. Hat mit in das Budget gepasst. Und fühlt sich erstmal gar nicht schlecht an. Ein Illuminating Primer geht eigentlich immer. Zum Snacken, und da freue ich mich gleich riesig drauf, habe ich mir hier eine Power Bar mitgebracht. Five Ingredients sind hier mit drin. Ein Energy-Riegel, der Bio-Plant-Based und Garden-Compostable ist. Die Verpackung ist Garden-Compostable? Ne! Das habe ich ja noch nie gesehen. Angeblich kann man die Verpackung in den Garten-Compost machen. Habt ihr davon Ahnung? Habt ihr davon Ahnung? Wisst ihr was darüber? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das in den Kompost machen kann, die Verpackung. Hier steht Plastik frei drauf. Aber auch hier was zum Snacken. Kann ich mir vorstellen, wenn entweder der Mann oder das Kind mit dabei ist, um sie ein bisschen zu besänftigen, dass man so lange in der Drogerie war. Hier hast du einen kleinen gesunden Riegel. Organic und Power. Und dann haben wir hier noch, und das brauchte ich tatsächlich auch, das ist ein Duft-Spray- bzw. Textil-Erfrischer von der DM-Eigenmarke. Der hat sogar Hygienepower mit drin. Also entfernt fest sitzen die Gerüche, hygienische Reinheit und für einfaches Glätten zwischendurch. Und da wir gerade umziehen und Lamotten vermutlich für eine ganze Weile in Kisten, in Säcken sind und das riecht dann immer nicht ganz so schön, will ich einfach nicht... Ist das kaputt hier? Will ich einfach nicht, dass es so gammelig riecht. Aber ich will halt auch nicht alles einmal durchwaschen. Deswegen, so ein Spray finde ich ganz spannend. Kann ich gleich mal hier ausprobieren. Ich habe ja hier... Könnt ihr gar nicht sehen, ne? Oh, nee. Warte. Ich muss immer ein bisschen aufpassen hier. Da, seht ihr das? Das sind hier so Schaumstoff-Schalldinger. Und die sind natürlich nicht mehr ganz so... Oh, das riecht aber toll. Das riecht wirklich gut. Also, ihr seht es. Ich habe wirklich viele, viele Produkte kaufen können von 38, unter 50 Euro, um eine Monatsration vielleicht an Pflegedeos oder ein paar Wochen zumindest überbrücken zu können, um trotzdem Spaß am Make-up zu haben. Ich meine, wenn ich jetzt kein Make-up gekauft hätte, hätte ich wahrscheinlich noch wesentlich mehr kaufen können. Ich weiß natürlich, dass das kein klassischer Drogerie-Einkauf ist. Ich dachte mir aber einfach, so eine kleine Challenge kann auf der einen Seite unterhaltsam sein, auf der anderen Seite kann ich euch aber auch neue Produkte zeigen und zeigen, welche neuen Produkte man sich von 40 Euro kaufen kann, wenn man sagt, okay, ich möchte verschiedene Produkte ausprobieren. Es riecht fantastisch hier gerade und einfach ein bisschen Spaß in der Drogerie haben. Schaut unbedingt in der Infobox vorbei. Dort findet ihr den Rabattcode und alle weiteren Informationen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich bin gespannt auf euer Feedback zu diesem neuen Thema, zu dieser neuen Videoreihe und bedanke mich, dass ihr hier wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!